Leo! So, 10 Mal, wo sind wir? Wir sind gerade in Antwerpen im wunderschönen Hotel August. Und ja, ich genieße gerade schon ein bisschen länger die View. Ich muss sagen, die Stadt ist wunderschön. Ich war das letzte Mal tatsächlich hier 2018, auch zum Sample Sale, also aktuell in Antwerpen Sample Sale. Von den ganzen belgischen Designern, Walter van Berendong, Haider Ackermann, der letzte Raf Simons Sample Sale tatsächlich. Und ja, Freunde machen auch was richtig cooles. 65 Garments, Runway Garments, Vertical Racks, unter anderem auch Yara. Dazu noch mehr gleich. Und ja, wir sind da offiziell auch gelistet, also die ganzen Jungs haben da echt was krass auf die Beine gestellt. Mit Dries, mit Haider und so, für den Sample Sale und ja, da kannst du halt seltene Archive Pieces sehen. Ein bisschen Yara. Und ja, habt gehört, dass beim letzten Sample Sale die ganzen OG Haider Pieces, also wie den Double Layer, dass die wurden ja re-released. Das haben ja viele mitbekommen. Haider hat ja viele Pieces nochmal neu, einfach in einer bisschen schlechteren Quali, also nicht so geil wie die OG Pieces re-released, um ein bisschen den Cash Grab zu machen, weil der war ja insolvent oder ist es immer noch, ich weiß gar nicht, was da abgeht. Und ja, die Sachen waren dann auch auf dem Sample Sale. Ich weiß jetzt nicht genau, für welchen Preis, aber die Pieces konntest du auf jeden Fall resale, wenn du die geschnappt hast. Also ganz geil, deswegen, ich glaube, es ist auf jeden Fall so, dass es sich lohnt, hierher zu kommen. Jetzt ist der Ref Sample Sale, seit 28 Jahren hat Ref Sample Sale eine Marke gehabt und hat Fashion verändert, würde ich sagen. Gerade die Sachen, Peter DePorter und so. Spring Summer 03, das sind Sachen, die waren erst zehn Jahre später wirklich relevant. Also er war seiner Zeit voraus und wir nehmen euch da mit, wir checken es ab. Vielleicht finden wir irgendwelche Steals auch für dich, Michael, ich weiß nicht. Hey, wir gucken, auf jeden Fall. Steel Hunter, auf jeden Fall. Ich gucke auch und genau, die Jungs habe ich ja schon erzählt. Wir haben da auch das so ein bisschen gemanagt, also Julius hat mich gefragt, dass wir da auch Yara zeigen können. Ein paar Teile haben wir zurückgelegt, zum Beispiel ganz wenige Zipp-Poddis, eine Lederjacke, die auch weg ist und ausverkauft ist. Und ich habe schon gehört, die ist jetzt schon irgendwie sold. Und ja, dann gucken wir mal, wie das präsentiert ist, connecten einfach, haben Talks mit den Leuten, mit den Chain Up, sind in Antwerpen, das ist einfach geil so. Let's go, let's go. Let's go, man. Also wir haben hier die August vom Hotel August, die Schlappen, Slippers, in einem coolen Grün. Das ist ein Large, weil, Michael. Wie fitten die, wie fitten die? Ich wollte es dich grad fragen. Okay, ich sag dir ehrlich, ich hatte Size M vorhin, die passen einfach wie so Kinderschuhs. Das ist halt die Girl Size und die Large ist für die Men. Genau. Dann habe ich hier, ja ist doch so, auf geht man doch zusammen. So, dann habe ich hier die Akne Denim Bootcut. Ich glaube, die war von 2021, vor Winter, I guess. Die Chrome Hearts Denim, äh, die Chrome Hearts Chain. Meine favorite Chain. So geil, die Chain. Dann meine Chrome Hearts Ringe. Den habe ich schon seit 2017 damals in London gerollt. Ja, Yara Zip Hoodie, Everyday Zip Hoodie. Essentials. Spiral Zip Hoodie. Ich habe den Kaffee gebraucht. Same. Pop Up. Wo? Pop Up? Pop Up, yeah. Heißt, die Leute sagen ja immer, ich mache zu wenig Anmoderation, deswegen, wir gehen zum pop-up von 65 garments, runway garments, vertical racks und noch viel mehr und halt auch wir sind jetzt beim pop-up von runway garments, vertical racks, denno-series, snf-grades und 65 garments hier haben wir aber auch unsere keychains vom lieben komis, sehr hochwertigen leder, super neuf hier die sachen vom pop-up, hier die sachen vom one-way gowns, one-way gowns, two-way gowns, elena willst du kurz was dazu sagen? ganz kurz, was unsere pieces hier auch selber tragen, aber keine lust mehr bekommen haben wenn leo schon hier so steht, naja wo stehe ich denn jetzt? du stehst bei der besten brand, hier oben steht natürlich hier auch, antworten exklusiv, YERA, sehr gepusht, genau, YERA gibt es ja auch, wir hatten Ressource, genau, wir hatten tatsächlich die Lieder, die ist halt komplett weggegangen, also jetzt war schon wieder Soloth, ja, schon wieder Soloth, tatsächlich auf alle Sympolis wieder weg, bis auf XL, alle weg, ja, alle weg das ging super schnell, die Leute waren auf jeden Fall überzeugt, wir sind mit dem Remy gepusht, da kriegst du natürlich nichts bei dem Kreis, ja, und sonst haben wir noch ein paar von den ersten, die erste ist eine Steakcatcher Version Cargo, leider ein bisschen in großen Sizes, Big Sizes, ich war nicht die beste Sizes, aber es ist halt die Leftovers hier unter State the Bomba, die Genesis Leather Jacket, äh, Wested, Wested und ja, ähm, gehen wir weiter, oder? Das ist der Raum von Enno, das ist der Raum von Enno, von uns drei, und von mir, und von uns von mir, deswegen sag ich ja, also unser Raum, den teile ich mir mit Modernosel und SNF Grails, genau, geil, ja, da müssen wir ein bisschen was, da müssen wir ein bisschen was ausprobieren, die drei Racks sind von mir, von 6.5 Garments und ein paar Accessoires, Leo wird es schon erkennen, wir kennen es, aber das kennen wir doch, Leo, wir haben jetzt zu klein, wir haben jetzt zu klein, ansonsten, ich denke mal die Megal of Trade Fans von euch werden es erkennen, mein absolutes Lieblingspiece Ebenfalls, der Dirt, der Dirt, Leo, du kennst ihn. Untragbar, leider, in echt, ne? Du schläfst halt zehn Meter am Boden an. Bro, schlechte Werbung. Eine Favorite Pieces, kommen wir mal an, mit der OG, Classic, gleich auch einmal in Schwarz, so mit einer der wenigsten, vielleicht einmal in Europa zu finden, ist die Miyake auch immer schön für den Sommer. Also das Gegenteil von Cedric, sehr tragend. Genau. Ja, dann bist du die Gera. Tobi, willst du noch deine Favorite Pieces sagen? Ja, einmal hier, zwei MMA Cross Bills, zwei Murakami Bills und ansonsten... Immer noch Grey von mir. Die sind so krass hochgegangen, ne? Vom Preis. Ja, schon, also... Was legen die denn jetzt? Ja, so unter 1000 keine Chance mehr, wenn du mal einen findest. Hier auch noch ein paar dicken Bags. Gut, viel Schmuck am Start, Winge etc. Viele Handmade und Unique hier. Das ist ein Picard. Der ist jetzt aus Aquamarine, Rubin und Smaragd. Mega, mega. Dann machen wir weiter. Die Schauderns am Work and Unscreen Wrecks, die machen immer sehr, sehr nice Appreise. Ich habe da auch schon den ein oder anderen Steeler gehabt hat. Und auch Pieces gefunden, die ich schon lange gesucht habe. Mit den Maiden und so. Genau. Sehr, sehr geil. Den Kurs an euch, Jungs. Ich bin eure Selection immer sehr, sehr stark. Da haben wir beispielsweise hier den Itton Blazer. Der ist von ein paar Seasons. Ich war 0,012. Ja, genau. Auch ein cooles Piece. Leider keine Cobra-Snap-Buttons. Da hat sich die Kiko-Community natürlich ein bisschen aufgeregt. Bist du gleich gehatet. Genau. Ja, das ist ein wirklich cooler Blazer. Nicer Cut-Pieces. Ist von der Ernie-Season von Namaceko. Ich glaube, die ersten One-Ray-Season. Ich glaube, die ersten One-Ray-Season. Bitte? Für dich schon. Genau. Ich habe da sogar mit Gis drüber gesprochen, wie das Material das ist. Eigentlich Möbelmaterial. Deswegen macht der Retail so hoch. Wenn man dran fasst, kann man sich vorstellen, dass das auch für eine Couch oder Sofa benutzt werden kann. Ja, also Namaceko ist schon ganz weit oben was. Hier hat man auch dann beispielsweise die Kiko-Parks in der Falle. Wie war Kiko selbst von der Qualität? Von der Qualität wahrscheinlich schon. Gerade wenn man es mit den neuen Seasons vergleicht. Echt cooles Stil. Sehr, sehr geil. Ja, mega. Also, ich bin echt impressed vom ganzen Pop-Up. Was ihr da auf die Beine alle gestellt habt. Ja. Insane. Kann ich nur sagen. Sick. Danke. Ich glaube, das hat die ganzen Impressionen gerade warm genug. Um zu zeigen, dass es ein geiles Event ist. Und jeder happy sein kann, der da war. Und vielleicht nicht da war. Ich weiß, wie macht ihr das nächstes Jahr noch? Mit Sicherheit. Wir wollen das jetzt jedes halbe Jahr machen. Jedes halbe Jahr? Weil es ist ja immer zweimal, gell? Es ist eigentlich die Zeit, nach Antwerpen zu kommen. Checkt auf jeden Fall den Pop-Up dann ab. Und was auch. Aber ich hab's nicht mehr. Aber ich hab's nicht mehr. Aber ich hab's nicht mehr. Nee, hieß du. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr so einfach schauen, was gibt's für alte Pieces. Ja, dass man die eben ran machen kann mit Cobricksnaps und abnehmen kann. Also das sind zwei Positionen die zu tragen. Und der Cobricks hat den Schlitt entwickelt. Ja, jetzt machen wir ein kleines Fitting hier, oder? Yo, what's going on? Warte, ich komme hier durch zu mir. Switch einfach, switch. Was passiert? Jetzt wird nur mal rough geguckt. Ja? Fällt mir sehr was von mir drüber. Wo ist das mein Stoff? Zweite Tage in Antwerpen. Wir gehen jetzt gleich los. Haben uns ready gemacht. Aber davor wollte ich euch noch kurz zeigen. Was ich schon mal ausgepackt habe, ist nicht alles. Ein paar Pieces. Ohne Pico. Ja, die ich einfach mitgenommen habe. Hier, die Maten. Sehr schönes Piece. Dann von der aktuellen Season die Murad. Zip. Eher ein Hemd meiner Meinung nach. Die nutze ich auch mainly zu layern. Und ein Highlight Piece, was ich jetzt anziehe. Das ist die Rorke. Rorke. Ja, sick. Mit Schwarz drunter. Das Alpaka. Und ja. Was ich jetzt anziehe für das Shooting mit Michael, ist diese Walter Mask. Die hier so eine Cross hat. Also, die offen oben ist. Was sagst du, Herr Maske? Sieht sehr verrückt aus, Leo. So nachts rausgehen. Wenn ich die so nachts sehen würde. Und es nicht Halloween wäre. Ich müsste diese Starsenseite wechseln. Das sag ich dir ehrlich. Ja, Mann. Also. Wir gehen jetzt los. Kiko Video wird auf jeden Fall kommen. Das habe ich ja schon gepostet. Da haben so viele Leute geschrieben. Aber dass so etwas ganz Detailliertes, Ausführliches. Deswegen haben wir es jetzt kurz gehalten. Und ja. Gehen los. Let's go. Safety first. Top 3 Städte in Deutschland. 3? Ja. Klar. München. Dresden. Bochum. Kleiner Joke. Ne. Boah. Das ist eine schwierige Frage, Mann. Weil es gibt so viele schöne Städte. Sie fragen immer so. Top 3 ist echt so ein Schwachsinn. Weil du es nie sagen kannst. Ist ja auch immer mutabhängig. Was Fashion angeht ist eigentlich schon durch Paris. Mailand. Eigentlich dann schon fast so Berlin. Und ja, London ist schon nochmal krasser. Also die Städte, ne. Bisschen auch aber Antwerpen. Wo wir jetzt hin? Bisschen Antwerpen safe. Allein mit der Royal Academy of Fine Arts. Es ist auch so ein French Omni. Was hast du noch? Genau, es ist so ein Mini-Pancake. Es ist ein Oreo-Pancake. Was haben wir denn alles bestellt? Also man muss sagen, man kriegt hier viel für seinen Geld. Wie geht die Leiter zu den Schnee rund? Wer hat lebt? Was ist denn? Wenn du die Maske holst du dir einfach hier aufschlippen? Wir werden dein Eis geniechen. Ja wenn du sie auch mal hin bist. um zu quackern schön die bindra clean gehalten also hier das holy grail piece von ritmo demnas erste season es gibt eine re-edition 2016 aber am tag sieht man dass es wirklich von der ersten season ist die gibt es wahrscheinlich weniger als zehnmal noch nie einer auf dem markt gesehen ich muss sagen dass ich die hab schon bei seiner ersten season siehst du halt die typische schulterpartie von demna und da erkennt man sehr gut dass er später balenciaga obwohl er da auch viele runde schultern benutzt aber das steht eher für christobal entschuldigung hast du eine uhrzeit für mich? wieviel uhr ist das? wetmauer, brick, kiko, valenciaga, kiko ok aber wieviel uhr? bro heider gibt es nicht mehr? ne wurde auch gekauft die haben an backyard ikei verkauft stimmt das wusste ich nicht das waren einfach so junge dudes aus swede die haben einfach heider um zu kaufen ich dachte kein sinn die haben es einfach gekauft den ganzen stock von dem so ja ja doch heider war ja auch insolvent der war insolvent deshalb haben die den weg gekauft also geisteskrank dann haben wir alles die ganzen sachen nochmal gewöhnt die modell sind sag mal was zu dem wo hast du denn her? aus einem Sample Sale ich habe vor 10 minuten erfahren das botter auch in Sample Sale ich habe das gar nicht gewusst und dann bin ich straight hingefahren und dann direkt gesehen und verliebt und dann auch noch mit der project trip jetzt das war wirklich so ich habe sie irgendwo weggepackt und dann bin ich gar nicht du hast kein Leder auf einem Bett du bist raus du hast kein Leder an du hast kein Leder an du hast kein Leder an ach ja ok aber jeder hat Leder schon ok dann wieviel Leder auf einem Bett ich habe ja auch noch Leder 10 Leder ich muss ja spezifizieren was für ein Leder Abraum start tschüss gute Nacht Dirk hier warte auf vor gern Das ist klasse, neben dem ist ein großer Fernbruch. Ich frage jetzt kurz nach unserem Essen, weil sonst catchen wir den Zug nicht mehr. Wir haben einfach keinen Sample Sale geschafft, wir waren nur bei unseren Homies. Und ja, aber war geil, war geil. Mit den ganzen Jungs noch gestern so ein bisschen auf einen Trashclub gegangen. Der war so wack und dann ging raus und dann noch so stehen geblieben eine Stunde. Da kam ein Taxi, wir chillen da einfach vor uns. War schon geil. Der Typ war krass. Ich denke mir nur, wir hätten so zwei Tage mehr gebraucht. Ja. Wir hätten alles abgecheckt und haben unsere ganzen Sample Sales abgecheckt. Aber wir haben schon gehört, dass es war. Sorry. This is for you guys. Enjoy. It looks really nice. It looks really nice. Check mal, Bro. Wow. Okay, das sieht sehr, sehr sick aus. Und Bro, dein French Toast? Ja. Prima. Ja, ich glaube, wir beenden hier den Vlog, oder? So beim Frühstück. Und wir beenden hier den Vlog. Ich hoffe, es sind coole Zusammenschnitte und sehen uns bald wieder in der nächsten Stadt. Schreibt, in welche Stadt wir kommen.